So ihr Lieben, zum heutigen schnellen Tipp, der lautet, beim ganzen Druck alles richtig machen zu wollen, vergiss mal nicht deine Natürlichkeit. Wir Menschen wollen immer alles richtig machen, besonders in der Hundeerziehung. Wir wollen, dass es funktioniert. Und wir belesen uns und wir fragen vielleicht auch Hundetrainer, wir fragen Freunde, wie macht ihr das denn? Und oft kommen ganz viele Tipps, du musst das so und so und so und so machen. Ja, ist richtig, du musst dich an bestimmte Regeln halten. Aber hör doch mal auf deine Intuition. Kinder können sehr gut mit Hunden umgehen. Warum? Weil sie nicht drüber nachdenken, was sie da machen. Deswegen denk mal nicht so viel nach, vertrau mal lieber auf dein Bauchgefühl und mach das, was sich für dich richtig anfühlt und nicht was in irgendwelchen Büchern steht. Deswegen vertrau auf deine Natürlichkeit. Tschüss! Tschüss!